Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum sechsten Türchen des Smarty Sembers. Wenn ihr gestern mein Video gesehen habt zu den Goodie Bags von der Glowcon, dann wisst ihr, dass heute das Video zum Schachtellück von Dagi Bee kommt. Ich werde euch zeigen, was da alles so drin ist. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe mir die Schachtel ja schon mal ausgesucht und wollte sie unbedingt haben. Aber jetzt mittlerweile habe ich schon wieder voll vergessen, was da eigentlich alles drin war. Und am Ende des Videos gibt es da noch eine kleine Verlosung für euch. Also ich verlos irgendein Produkt aus dieser Schachtel. Und was ich euch vorher noch zeigen muss, wenn ihr meinen Vlog gesehen habt, wisst ihr das auch. Dagi hat einfach auf dieser Schachtel unterschrieben und ja, sehr, sehr cool. Wenn man die Schachtel aufmacht, kommen hier wieder lauter solche Pufferteile raus, wie auch immer man die nennt. Und eine Autogrammkarte von Dagi. Und mir fällt gerade auf, wir haben den Spruch noch gar nicht gelesen. Auf Dagi's Box steht drauf, du bist schön, so wie du bist. Als erstes kommt raus ein riesiger Topf Bio-Kokosöl von DM Bio. Sehr cool. Ich liebe Kokosöl. Das kann man einfach zu allem benutzen. Dann kommen hier die Balea Reinigungstücher raus. Von denen bin ich auch ein totaler Fan. Und ich weiß schon wieder, warum ich Dagi's Box unbedingt haben wollte. Da sind echt sehr, sehr coole Produkte drin. Dann kommt hier das Balea Trockenshampoo raus. Für helles Haar. Sehr, sehr cool. Jetzt habe ich zwei Trockenshampus. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr ja, dass ich das tatsächlich noch nie ausprobiert habe. Und dann ist hier noch eine Ebelin Pinzette drin. Und eine Balea Reinigungsmaske. Also ich finde, alle Boxen sind richtig cool. Also der Inhalt ist immer Wahnsinn. Vor allem für die 5 Euro, die die Box nur gekostet haben. Aber ich weiß nicht. Irgendwie gefallen mir die Produkte aus Dagi's Box richtig gut. Da ich das Kokosöl und das Trockenshampoo auf jeden Fall ausprobieren möchte. Und ich euch nicht irgendwie nur jetzt so was Kleines verlosen will. Habe ich mir gedacht, verlose ich euch die Balea Reinigungsmaske aus Dagi's Box. Und außerdem noch das Trended Up Puder aus meiner Goodie Bag von DM dazu. Das könnt ihr gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur einen lieben Kommentar schreiben. Das Ganze ist natürlich wie immer für meine Abonnenten. Und ja, hinterlasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und die Verlosung läuft wie alle Marisember Verlosungen bis zum 24. Dezember. Viel Spaß beim Mitmachen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss Leute! Tschüss Leute!